Die Choreografie, 75 Jahre Eishockey, Eissport und 75 Jahre E-Mailer-Eislaufverein. Auch in den Sitzfesten also bitte alle Pappen mit Hoch für ein großartiges Bild, das wir jetzt auch in die heimischen Wohnzimmer übertragen werden. Tolles Bild, riesige Arbeit, über 200 Stunden steckend drin, das sieht gigantisch aus. Und heute, die Läger wohl noch hoch bis zur ersten Wunsch, sieht wirklich gigantisch aus. Und dort vor allen Dingen, der richtig viel Gänsehaut vor so einem tollen Spiel des Tabellenhelden, die gegen den Tabellen 12 und wir werden Ihnen jetzt gleich die Startings-Sitz bei der Teams präsentieren. Die jeweils fünf startenden Felsspieler zusätzlich Tornhüter nehmen dafür Ausstellung an der blauen Linie. Und wir beginnen mit den Startings-Sitz unserer Gäste aus Düsseldorf. Triniert von Jeff Tomlinson und er steht zunächst, die zur Mannschaft aufreist. In der ersten Parteibene mit der Nummer 47 der Dinger und der 53 Sitzung Rollens. Im ersten Sturm der Deg mit der neuen Ergund Kaufmann, die 16 Patrick Leimer und mit der 23 Daniel Kreuzer. Die Staaten- und Nationlinzer der Dinger mit der 41 Hobby-Gepfelsen. Und hier sind die Startings-Sitz der Kriffe. Die Kuhlinson! Unsere erste Parteibung mit der 11 Dugend Schar. Die Kuhlinson! Und der 50 König-Rücher. Ami-Rotty! Im ersten Sturm mit der 24 Boris! Ja! Die 25 Ben! Ami-Rotty! Und mit der 86 Daniel! Ja! Im Tor! Mit der 37 Scotty! Ja! 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 Ja!